Jona Tantar mit dem 1 zu 0 für Mayer Leverkusen. Ball kommt auch verlängert und was ist das denn? Ach du lieber Gott! Lars Stindl holt sich den Ball jetzt und kann das Tor machen! Und macht das Tor! Stindl mit dem Anschluss! Tor für Borussia Mönchengladbach! Ausgleich 2 zu 2! Jetzt ein schöner Ball, da auf einmal vorne rein zu Raphael. Raphael, 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 Raphael! 3 zu 2 für Gladbach! Ich pack es nicht! Borussia Mönchengladbach gewinnt 3 zu 2 das Topspiel hier in Leverkusen. 1. 2. 2. 3. 3.